Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil 2, dem Remake, ja, ich glaube, wir haben das Schachfigurenrätsel gelöst. Ich werde mich jetzt mal mit dem Flammenwerfer ausrüsten, weil ich ja weiß, wo es hingehen wird. Schade, nichts dabei. Schade, nichts dabei. Nein! Wir haben auch keine Scheiße, wir haben auch keine... Fuck! Lien, halt durch! Halt durch! Ach was! Der erzählt der Sachen hier, unser Lien. Wir werden sowas von sterben. Das wird sowas von nicht hinhauen. Hm? 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 Boah, stirbt bloß. Fuck, wir hätten vielleicht mit der blauen... Vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Sind wir vergiftet. Sind wir vergiftet. Toll! Vergiftet. Toll! Vergiftet. Oh. Boah! Fuck! Wir hätten aufpassen müssen. Wir hätten wirklich aufpassen müssen. Wie der hier im schwitzen ist. Wie der hier im schwitzen ist. Dann... Blauskraut. Ja! Gefahr! Boah! Läufer... Springer... Ich bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind. Wir haben... Ich bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind. Wir haben Turm noch, ne? Läufer... Haben wir eins vergessen? Dame... Läufer... Ich bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind. Und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Super! Dann wird die Dame wohl hier sein. Ich gehe aber mal davon aus, dass dann die Dame hier sein wird. Und... Hier ist ein Turm. Hier der King. Guck mal den Königchen. Guck mal. 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 mal gucken ob wir da einen vergessen haben das wäre jetzt ein ding wenn ich das jetzt vergessen hätte shimka komm hier jetzt ist der papa tschüss muss wieder gehen tut mir leid bros tut mir leid bros ich glaube hier kommen jetzt gefahrlos durchgehen ich sehe mich jetzt hier schon wieder hin und herren du warst tot und war das das nest gott gott zimka was das hm 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 ist das hm hm jo mercy hm ma hier ne Nein, sag nicht, dass der hier steckt. Sind wir jetzt nicht gerade völlig umsonst gelaufen? Sind wir gerade nicht völlig umsonst gelaufen? Alter, wo ist der scheiß Turm? War der da drin? Nee. Da ist der auch nicht, ne? Wo ist der scheiß Turm? Wo ist der fucking Turm? Schiert. Da war auch keiner, ne? Verdammt, Turm? Ich denke, es ist hier und was ist los? Nee, was ist das? Papa, ich nehme gerade auf. Da. Der Papa nimmt gerade auf. Seht euch das mal an. Hm, was du hast, ich packe mal den auf. Gleich geht man ins Bett. Hm, okay. Gleich geht man ins Bett, okay? Ist du okay, Maus? Du geht ins Bett. Hm. Hm, guck mal, der Papa macht eine Let's Play-Aufnahme. Hm? Das ist so süß, wenn man mit, mit hier dann... Komm. Komm. Hütt da hin. Nein, Sie haben keine, nein. Nein. Komm, nein. Komm. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, dass wir jetzt hier weiterkommen. Wenn die gleich sowieso abkratzen, ich weiß es. Hätten auch speichern können. Habe ich auch nicht getan. Warum? Ist der Raccoon? Da ist er auch keine. Wo kriegen wir denn den fucking Turm her? Ist der auch nicht drin, ne? Da ist er auch nicht drin, oder? Nein! Ich bin tot. Das weiß ich auch. Fortsetzen. Ausgewachsener G. Sein Verdauungshaft ist ein starkes Gift. Wenn sie getroffen werden, nehmen sie schnell ein blaues Kraut. Gute Idee. Wir checken noch mal alles ab eben. Nur um hier sicher zu gehen, dass wir hier nichts mehr brauchen. Töne Bezug auf den Rücken. Ja, wir brauchen dort eine kleine kleine KiKA. Der Geist ist ein Wachstum. Das ist ein Wachstum. Das ist das Wachstum. Das fällt mir ein. auch nichts war aber auch nichts hier aber auch kein ding ins ne hier hing auch nichts mehr dran was brauchten wir hierfür hier braucht man doch auch irgendwas hier war schon was drüber hier war gleich der könig dann hier finden wir auch nichts da finden wir quasi nichts ja nice dann bin ich mit meinem latinicum auch am ende hier war aber auch nichts leute das weiß ich aber ganz sicher ja 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 pass auf und jetzt finden wir die schattfigur ja 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 Das war's. Gott, 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 Gott. Der wird mir jetzt auch nicht mehr helfen. Ist ja schon die Folge für Montag. Also wenn ihr das seht, Leute. Schönen Montag. Schönen Montagabend euch. Ja. Ich sehe schon, wir kommen ganz toll weiter. Ganz toll. Naja. Hätte uns ja auch schlimmer treffen können. Hätte uns ja auch schlimmer treffen können. Die Sache ist einfach nur... Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Oh, come on. Ah! Oh ja, das hat's jetzt da gebracht. Oh ja, das hat's jetzt. Nimm das. Nimm das. Nein. Oh ja, es kommt Klaupomaso. Oh ja, passt auf. Ja, meine Lieben, ich werde mal versuchen. Ich bin mal gespannt, wo es hier dann gehen wird. Oh, hier sind wir. Oh ja, das muss raus. Oh ja, das muss raus. Oh ja, Leute, das ist richtig nice. Nein. 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 Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich würde dann sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. An der Stelle sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann in der Antenne und ciao. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.